Ja, und willkommen zurück bei Let's Play Schlacht um Mittelerde. Wir sind gerade dabei, uns gegen den Dizio zur Wehr zu setzen, der hier harte, schwere Geschütze auffährt, diesmal. Mal gucken, ob wir das diesmal schaffen. So, ich mute mich mal. Ich nehme an, ich bin gemutet. Was? Ja, hast du mich noch? Ja, ja. Okay, gut, also. Okay, jetzt bin ich gemutet. So, der auch für sich. So, hier unten sind noch was, da unten sind noch was. Aha. Dann holen wir das doch auch noch weg. So, jetzt wird es nämlich immer Zeit für den Gegenangriff. Wir haben einen, der hier ein Gehüftchen weiß, was wir brauchen. Wir haben einen weiteren, der auch ein weiteres Gehüft hier hin zum Beispiel. Wir müssen uns beeilen. Macht eure Waffen bereit. Gebiets sicher bereit. Kommt man mit. Rücken wir vor. Gebiet sichern. Die Einheiten, da lassen wir mal kurz da stehen. Hier kommt auch mit. Geht man mit hier hinter. So. Schnell jetzt. Haltet nach dem Feind aufschau. Das Gebäude hier wäre fertig. Das Gebäude ist fertig. So, hierher. Kommt. Kommt. Jetzt greifen wir an. Jetzt sind wir dran. Okay. Hier ist ein Drache. Und unsere Kuppen werden angegriffen. Wir haben jetzt recht verkostet den Drachen. Wir haben jetzt nach dem Feind aufschau. So, gucken wir mal weiter. Nicht, dass der meine... So. Ich wollte sie eigentlich für den Entwurf nutzen. Leider muss ich auch von Verteidigung nutzen. Gucken wir mal hier runter. Sehen dieses Scheißding hier. Platt machen. Diesen Scheiß drauf. Deswegen müssen wir hier. Gehen. So. Gehen. Okay, reisen wir hier. Das Gebäude ist bereit. Dick hier platt machen. Das kann ich auch irgendwie. Hier das Teil. Wir können uns hier heilen. Wir können uns hier heilen. Der stört das Gebäude. Kack, 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 kack. Das ist Gallup. Die Schmiede machen auch Platz. Die greifen das Lager an. So, ihr... So, ihr... Geht mal hierher. Rücken wir vor. Hier macht man ein paar mehr. Hier. Jetzt für die Zeit könnt ihr die Bogen-Schützen... mal ein bisschen ausbauen. Hier ein paar. Hier ein paar. Hier ein paar. Hier ein paar. So, gut. Wunderbar. Hat schon was gebracht. So, die Zeit kommt der Typ von oben wieder. Macht euch kampfbereit. So, reitet ihn auf. Hier die platt machen. Männer Gondors. Sie fallen über den Baumeister her. Hier sind wir. Ritter. Ein Baumeister entgefallen. Sie greifen mich schon wieder an. Bauen wir mal hier. Wieder ein Gehüftchen. Schwerter. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Halte mich wacker. Ritter, der weiß nicht, was mich. Natürlich nicht wacker, ganz freutig. Haltet nach dem Feind Ausschau. Turmwachen. Macht eure Waffen bereit. Reißt die Mauer rein. Guck mal mal. Guck mal mal. Ritter. Werft den Feind nieder. Sie kommen von überall. Bleibt wachsland. Soldatenwachen. Soldatenwachen. Sie sind einfach einfach. Ritter der weißen Stadt. Wir haben die Stallung verbessert. Okay, dann hier. Reitet hinaus. Information bleiben. Tod allen Feinden Gondors. Werft das Übel nieder. Jawohl. Beeilt euch. Wir gehen mal hier mit denen. Vielleicht weiter. Kartoffeln schützen sind bereit. Wir schützen den weißen Schwerter. Ja, das Ding einnehmen hier. Macht euch Kampf bereit. Ihr werdet gleich mitgehen hier alle. Turmwachen. Weiter. Bleibt wachsland. Er heilt euch. Männer Gondors. Schwerter. Verteidiger des weißen Baumes. So. Wir haben das Gebäude. Bleibt wachsam. Zack, nochmal so hier. Zack. Dass die ein bisschen aufgepascht werden. Unsere Feinde. Sie sind ihr. Zack. Macht eure Waffen bereit. Der Feind. Auf sie. So, hier unten. Bringt sie zum Schweigen. Der Feind ist unter uns, Männer. So, dann gucken wir mal hier. Dass wir hier auch bisschen die Heine weiter kriegen. Wir geht hier hin. Hier oben als Depot. Die werde ich mal mit den Rohirrim angreifen. Sobald ich die Hauro. Macht eure Waffen bereit. So, hierin. Reitet aus. Was war das denn hier denn? Sie greifen an. Ich denke hier weg. Vermallt sie. Rotenschützen sind bereit. So, okay. Hier. Zack. Und hier weiter. Und die sind nicht da. So, ihr baut ja palaisig weiter hier. Und zwar hier weiter, 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 weiter. Und hier auch. Weiter, 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 weiter. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Bruchplatt kriegen. Jawoll! Glück gehabt, würde ich sagen. Könnte sein, dass wir das tatsächlich nochmal zu unseren Gunsten drehen können. So, weiter zurück. So. Jetzt machen wir noch platt, die Schmiede. Die Schmieden sind teuer. So, zack. Wir können keine weiteren Einheiten befähigen. Hier kommt auch ein paar in der Mitte. Geist die Mauern ein! Lasst sie nicht entkommen! Werft sie nieder! Zieht eure Schwerter! Zieht die Schwerter! Du wirst sie nicht ankommen! Es ist der Schwerter! Du die Duwoc je kurz davor. Sie hat sich trotzdem nicht geschafft. Es war natürlich auch Glück. Wir haben die... Ohne die Armee der Torten wäre das absolut schiefgegangen. Jetzt geht es schief für Dü, denke ich mal. Also ich denke nicht, dass er sich noch mal richtig aufbauen kann. Ich habe seine Armee eigentlich relativ platt gemacht. Er hat... Vorwärts! Wir werden angegriffen! So, machen wir schon. Ja, der Dü, der Dü hat Pech gehabt. Ich darf jetzt mal so... Gehen wir! Ritter der Weißen Stadt! Die Strategie, meine, ja, Minderheitsstrategie hat ganz gut geklappt. Ich glaube, er könnte sich wirklich mal eine Scheibe von Abscheid. Schade, dass noch keine Folgen online sind. Das wird aber schon erst in den nächsten Tagen passieren. Macht eure Waffen bereit! Da sind sie! Was sollen sie tun? Werden sie sehen. Reitet hinaus! Sie haben angegriffen! Ja, 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 ja. Ich glaube... Das geht schnell. Wiesland gehört uns! Na komm, hol das Ding mal weg, ja. Auf! Halt es nach dem Feind ausschau! Orks! Männer Gondors! Lalalala! Erft sie nieder! Sie greifen wieder an! Information bleiben! Was muss der Feind sein? Turmwaffen! Sie greifen an! Zack, zack, zack! Ihr könnt das noch, wenn ihr wolltet. Soldatenbataillon einsatzbereit! Macht eure Waffen bereit! Reiter! Attacke! So, das Teil machen wir mal ganz platt. Alle Mann vorwärts! Vorwärts! Nehmt mal weg. Jawohl, wo sie mitgenommen haben. Hier haben wir noch was. Weitläufer! Wir kämpfen für Gondor! Gehen wir natürlich auch mit. Macht euch kampfbereit! Wir füllen den breiten Turm! Sie haben angegriffen! Macht euch kampfbereit! So, gehen wir mal so durch. Legt es in Schutt und Asche! Sie greifen das Lager an! Können nicht noch mehr runter als diese Lager? Macht eure Waffen bereit! Ritter! Anpacken! Ihr macht ja auch immer gut, wie es wieder kommt immer im letzten Moment so zu sagen. Aber hier oben hat euch noch mal ein bisschen verschanzt. Muss man sagen. Sieht eure Schwerter! Kackt eure Molzen auf! Ihr Feind! Den Deckelmänner! Der Kartenbataillon einsatzbereit! Verstört euch! Das hier unten ist natürlich Taktisch-Undruck. Mich jetzt noch angreifen zu wollen. Das bringt so gar nichts. Ihr geht bitte wieder zurück. Und holt hier oben weg. Der Sieg ist unser! Sieht eure Schwerter! Weil... Was will er denn noch machen? Takt! Das ging aber auch weg. orasานesi Lass die Orts nicht mehr rankommen ... So. Okay, irgendwo muss er noch was haben. Heißt im Klartext, wir müssen mal hier eine Ilfenbein-Zone bauen. Damit ich sehe, wo er sich hingebaut hat. Ritter der Weißen Stadt! Dann machen wir das Ding auch noch Platz hier. Reitet! Gehen wir! Haltet nach dem Feindausschau! Turmwaffen! Formation halten! Kann ja nichts sein, das ist von uns besetzt, das Gebiet. Hier ist eigentlich nur sowas, aber wir werden sehen. Schwerter! Gehen! Ritter der Weißen Stadt! Schwerter! Gehen! Ritter der Weißen Stadt! Gehen! Unser Land wird belagert! Ja, halt so gut. Das ist Gallo, rasch ergreift ihn! Gehen! Mach euch kreit eure Schwerter! Ach, schau an! Hier drüben hat er noch! Hier drüben! In meinem Rücken! Die Drecksau! Die kleine Drecksau! Macht eure Waffen bereit! Kann ja wohl nicht wahr sein! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ja, jetzt hat er mein Gehöft zerstört! Oh! Oh! Wenn mein... Mein Dingern Skeppum ist dann... Halb so wild! Halb so wild! Halb so wild! Macht euch kampfbereit! Mach mal einfach platt da drüben alles und dann ist es gut! Kann ja wohl nicht wahr sein hier! Sie haben angegriffen! So! Männer Gondors! In die Schlaf! Aus dem Weg! Oh! Fast abzunehmen! Aber gut, das sind so ein Meter Boden! Also weiter ist gut! Gibt es alle Einheiten jetzt! So! Hier oben noch! Guck mal, der hat noch einen Baumeister! Der hat noch einen Baumeister! Warum wird das Ding dann nicht zerstört? Na gut, machen wir das Ding noch weg! Verstehe ich jetzt gerade nicht! Vielleicht hat er noch irgendwo was anderes gebaut schon wieder! So drauf würde ich es nicht! Mal gucken, wenn das Ding jetzt kaputt ist! Bewegt tut er sich ja schon mal nicht mehr! Nein, da hat irgendwo noch was! Das kann ja wohl nicht sein! Ich kann jetzt auch das Ding nicht... Schwerter! Reitet hinaus! Verteidiger des Weißen Baumes! Macht euch kampfbereit! Macht eure Waffen bereit! Wo kann es das hier? Guck mal hier hoch! Gebiet sichern! Hier oben ist ja nichts mehr dran! Soldaten! Vorwärts! Ganz hier hoch gucken! Und hier! Weicht nicht zurück Männer! Es geht los! Endlich! Das Schneide gehört uns! Ritter! So! So! Und jetzt... Was ist das? Das ist das hier! Oh, da! Ich bin doch so dämlich wie die Nachtschwarze so! So! Nein! Ja! Was lässt denn das eine Gebäude sonst noch stehen? Ich hab das übersehen! Ich hab das voll übersehen! Ich dachte... Kann doch nicht sein! Wo hat der noch was? Wo hat der noch was? Ich hab überall geguckt und war nix da! Hahaha! Hahaha! Aber... Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Ding nochmal drehen kann! Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass ich relativ gut da stehe! Aber dann... Ja! Ich weiß jetzt nicht, was da war! Also wenn ich das jetzt so anschaue... Wie gesagt, da wo wir den vollen Cut gemacht haben bei irgendwas um 8 Minuten... Keine Ahnung! Mhm! Ich hatte nicht doppelt so viele Einheiten wie du und dann ging's halt schlagartig bergab! Irgendwie! Ja! Und bei dir schlagartig nach oben! Ja! Ich weiß jetzt nicht, was du da gemacht hast! Wahrscheinlich hab ich einen Teil meiner Armee verloren! Weil ich wahrscheinlich vielleicht nicht aufgepasst habe in dem Moment! Naja, ich hab einfach produziert wie Sau! Ich ja auch im Hintergrund! Aber es ist ja trotzdem dann nicht mehr geworden! Ja, dadurch, dass ich ja wahrscheinlich in dem Moment ein paar deiner Produktionsgebäude plattgemacht habe! Ne, das war ja nicht! Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht gewesen! Mhm! Der Fall! Ja, weiß ich nicht! Also ich hab eigentlich produziert, was das Zeug hält! Es kann natürlich sein, dass das die Reitereinheiten sind! Weil die ein bisschen mehr, ja... Einheiten, Punkte kosten! Entsprechend wird das vielleicht das ein bisschen hochgeschoben haben! Und... Äh... Da ging es, glaub ich, um normale Einheiten, glaub ich! Das war jetzt nix auf Kommandeurspunkte-Ebene oder auf... Achso, ne... Das waren normale Einheiten insgesamt! Achso, dieses schlagartig nach oben und schlagartig nach unten! Das ist meine Armee der Toten! Ja! Gut! Alles klar! Möglich, ja! Aber der Drache, auch übelst Fail, hä! Der macht ja gar nix, hä! Der braucht... Der braucht ja erst mal... Der braucht ja erst mal ein Spiel zum... Spiel zum Casten! Bis er was castet! Und dann, wenn er was castet, gut, dann ist der Damage wirklich gut, aber... Ja, äh... Ja, wie gesagt, äh... Das Problem ist, dass meine Armee der Toten eigentlich gegen alle, äh... Einheiten, äh... Gut ist! Dafür gegen alle, äh... Gebäude schlecht ist! Entsprechend hat auch der Drache keine Chance gegen die! Nicht mal der Balrog hätte die! Ich weiß nicht, wie es gegen Armee der Toten aussieht! Das habe ich noch nicht ausprobiert! Aber... Ähm... Ja, wie gesagt, ich, äh... Habe es gewendet, mal wieder! Aber es war auch schon mal knapper geworden! Es war auf jeden Fall knapper! Genau! Ja! Zumindest kurzzeitig! Ja, genau! Wie gesagt, ich hatte am Ende dann meine Strategie geändert! Wie sag ich dir natürlich nicht! Kannst du ja dann irgendwann, wenn du mal freigeschaltest, mal ein Video angucken! Genau! Und, ähm... Ja, das hat sich offensichtlich viel verwehrt! Schön! So! Schön! Gut! Wortet auf anderen Spieler, um Schlachten zu bereichern! Ich glaube, wir sagen... Ja, was, das machen wir noch! Mein M-M-M-M! Und dann machen wir, würde ich sagen, machen wir eine, äh... Diesmal aber wirklich eine Aufnahmepause! Äh... Die Schlacht und das Tiere, die machen wir dann beim nächsten Mal! So! Mein Gebiet habe ich vielleicht auch mal gewinne! Ja, hörh! Du musst ja nur ne Festung verteidigen! Das hat ja vorhin schon so rum, so gut geklappt! Richtig! Richtig! Vor allem die, die in meinen Augen schlechteste Festung, oder, oder, oder... Schlecht, am schlechter, am schwierigsten zu erobernde Festung ist jetzt meine! Richtig! Ja, die, die halte ich für wirklich am schwierigsten! Aber, das machen wir... Du kannst ja versuchen, so zurückzuerobern! Das mache ich auch! Ja, genau! Jetzt kommst du mit deinem immensen Gegenangriff! Wirst du schon sehen! Ja, ich seh ja! Ich seh ja, aber... Okay! Beenden wir einmal die Folge! Oder wir beenden noch die Phase! Ja, ne, das geht ja nicht! Wir haben ja noch eine Schlacht zu tragen! Genau! Dann beenden wir halt nur die Folge! Wir haben sogar noch zwei Schlachten! Wir haben sogar noch zwei Schlachten! Stimmt! Du bist der Wald! Du bist der Wald! Du bist der Wald! Du bist der Wald! Wo war denn das? Hier oben? Achso, ja, stimmt! Da habe ich dich wieder angegriffen! Richtig! Genau! Und da sieht es eigentlich relativ ausgeglichen aus! Und da werden wir dann noch mal schauen! Kann sein, dass du da sogar zurückschlägst! Mal gucken! Da könnte ich wahrscheinlich richtig... Oder auch nicht! Wir werden sehen! Wir werden sehen! Wir werden sehen! Okay! Gut! Dann, wie dem auch sei! Ja! Freut mich, dass ihr wieder eingeschaut habt! Bis denne! Und wir wünschen euch was! Ciao, ciao! Tschüss!